Was bedeutet das denn eigentlich tatsächlich? Für das Lernen im Unternehmen, was gibt es für Chancen, aber was gibt es eben auch für Herausforderungen bzw. Risiken und was heißt das eigentlich Digitalisierung und wie verändert sich dadurch das Lernen? Wie ist denn die Session für dich ausgegangen? Sind deine Fragen während der Session beantwortet worden oder sind doch noch viele Fragen offengeblieben? Also es gab auf jeden Fall Antworten auf die Fragen und ich fand, wir haben sehr spannend diskutiert. Zunächst mal habe ich mich darüber gefreut, dass die Session so gut angenommen wurde. Ich glaube, wir waren um die 20 Leute. Also gut, die Hälfte der Teilnehmer hat oder bewegt das Thema offensichtlich auch. Also wir haben vor allem zu den Chancen, glaube ich, gute Antworten gefunden. Was mich am meisten bewegt hat, ist das Thema, dass wenn wir unsere Prozesse digitalisieren, dass wenn wir unseren Kunden digitale Lösungen anbieten, dass wir es uns eigentlich nicht erlauben können, unsere Mitarbeiter nicht selbst mit einer guten Medienkompetenz und mit einem guten Wissen über die digitalen Prozesse auszustatten. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir noch viel Spaß bei den weiteren Sessions. Ja, ich danke dir ebenfalls, dass du dich so stark angebracht hast. Vielen Dank.